Wie, wart ihr? Entspannen? Ja, na klar, das ist auch super wichtig, weil das ist immer alles so hektisch heutzutage, wisst ihr? Und deswegen kommt ihr einfach mal her, setzt euch mal hier ganz gemütlich hin oder legt euch hin, wenn ihr irgendwo noch Platz habt, weil es ist ja ziemlich eng auch meistens in die kleinen Wohnungen überall, aber einfach irgendwo einen Platz suchen, wo ihr für euch seid, wo nicht hier irgendwie noch Nachbars Katze über euch rüber hoppt oder eure Kinder euch nerven oder so, die schickt da schön in die Kita rein und dann setzt ihr euch einfach erstmal hin und dann machen wir so eine Meditation mit euch. Das ist ganz wichtig, entspannen, Meditation, ne? Das kennt ihr noch nicht, erkläre ich euch, das ist ganz einfach, ganz locker, mach da mal ganz locker, ja? Pass auf, setzte dir hin, ah, ich habe schon gesagt, Entschuldigung, will mich nicht dauernd wiederholen, tut mir leid, ist gut, ist gut, ganz ruhig, setzte dir hin, machst du entspannt, so. So, jetzt machst du mal die Ohren zu, ne? Nicht die Ohren, nicht die Ohren, ne? Die Ohren, die Ohren machst du zu, so. Und dann lauschst du mal, einfach einmal mal lauschen, ne? So, was ist so, was passiert so? Links, rechts, oben, unten? Ja, der Nachbar über dir, weißt du ja schon, ne? Ja, man ist immer dabei, ne? Aber lass dich nicht stören, der Nachbar über dir ist kein Problem. Was, die alte Oma gegenüber auch? Ne, auch kein Problem, gar nichts, nichts, kein Problem. Das genießt das angenehme Brummen von der Straße und die Straßenbahn unten, rottert die U-Bahn, ist kein Problem. Einfach hören, akzeptieren, dass das da ist, weil kannst du nichts gegen machen, egal was ist, machst du nichts gegen, kein Problem. So, du hörst das einfach, sagst, das ist da, das kann ich den ganzen Tag mit leben, kann ich auch jetzt mit leben, wo ich Ruhe haben will, weißt du? So, wenn du das gemacht hast, wenn du da angekommen bist, dann machst du das nächste Ding. Das nächste Ding ist, auf deinen Körper hören, wo der liegt, was der macht, ne? Der liegt da so und der berührt ja so Dinger, so, ne? So, die Kleidung, in der du drin bist, vielleicht bist du so ein bisschen verschwitzt oder so, ne? Bist gerade U-Bahn gefahren, ist egal, die klebt da so, das ist kein Problem. Du berührst da irgendwie, berührst da irgendwie so eine Kante vom Stuhl oder dein Kopf drückt so ein bisschen gegen die Wand, weil dein Zimmer so klein ist, kein Problem. Einfach bemerken, wo der liegt, wo der was berührt, aber nicht drum kümmern. Einfach sagen, das ist halt so, da ist es halt, ne? So, und wenn du da jetzt bist, wenn du das alles gespürt hast, ne, wo da, wo hier jetzt, wo, wo das jetzt liegt, so. Der drückt der Po gegen das Ding und dann, wenn du das gehört, gemerkt hast, dann fängt der dritte Phase an. Und die dritte Phase, das ist in den Körper reinhören. In den Körper, wo die Dinge passieren, weißt du, so, so das Blut blubbert und, äh, ja, weißt schon, ne? Und da fangen wir unten bei die Füße an. Du gehst jetzt in die Füße, stellst dir vor, das ist so, so wie so eine angenehme Wärme, so eine trockene Wärme, nicht so eine schwitzige Wärme. So eine jetzt trockene, warme Kugel ist in deine Füße drin und wandert langsam, ne, hier hoch. Die Beine hoch und dann ab hoch im Bauch, ne, wo, wo es drückt manchmal und grummelt. Aber egal, was du da merkst, ne, wenn da jetzt irgendwie so ein Wolf zwickt oder zieht, das, das merkst du einfach. Da fängst du jetzt nicht an zu kratzen, nicht an zu rülpsen oder so, das lässt du den Körper einfach mal machen und wanderst mit deiner warmen Kugel da langsam den Körper hoch, bis du da bist, so, bis du so am Bauchnabel bist und dann noch so ein bisschen weiter hoch. Und wenn du dann, dann, dann oben beim Kopf angekommen bist, dann fragst du dich, was bemerkst du noch? Hör ich mal an dich rein, ne? Merkst du dat? Das ist dein Atem, ne? Der geht da hoch und wieder runter, macht der. Einfach so. Oder, oder, oder auch vielleicht ein bisschen besser, ne? Vielleicht hast du ja nicht so viel Raucherhusten wie ich, ne? Aber kannst ja, dann hörst du den Atem, spürst du, wie das dich in so einem ganzen Körper so, so, den Rhythmus macht, so, finde ich hörbar, ne? Und dann, dann, dann hörst du da mal hin und folgst den Atemrhythmus mal so ein und aus. Und, und stellst dir mal vor, wie so die Luft, wie, welche so hoffentlich ein bisschen frischer ist, weil hoffentlich hast du das Fenster nicht aufgemacht, ne? Weil es stinkt draußen und alles, ne? Die Luft in deinem Zimmer, wie die durch deine Nase langsam nach hinten so durch den Hals runter in den Lungen geht, da rumzirkuliert wird und dann die alte verschwitzte Luft wieder rausgeht, aus den Lungen hoch durch den Hals und durch den Mund wieder raus. Oder meinetwegen durch die Nasen, ne? Was angenehmer ist für dich zum Atmen, Hauptsache du entspannst dir ein bisschen. Das ist ganz wichtig, ne? So entspannen. So, so. Und dann folgst du diesem Atem und dann zählst du. Eins, einatmen. Zwei, ausatmen. Drei, wieder einatmen. Vierer, nochmal ausatmen. Und so weiter, bis du bei zehn bist. Bei zehn fängst du wieder von vorne an. So funktioniert nämlich hier Meditation, weißt du? Das ist so ein Trick. Da kannst du dein Gehirnchen, was ja manchmal, das macht ja, ne? Das macht ja Dinge, das Zeug. Ne, wenn du das machst, diesen Trick, diesen ganz kleinen Trick, dieses Zählen bis Zehn, dann kannst du das überlisten. Das ist einfach nur, dir folgt deinem Rhythmus von deinem Atem. Und gleichzeitig, wenn du sowas machst, warum du nur bis zehn zählst, ist, damit du nicht gleich einpennst. Weil du wirst merken, wenn du jetzt einfach anfängst, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, irgendwann fängst du an zu pennen. Du sollst nicht Schäfchen zählen, ne? Das ist wichtig. Du musst irgendwo so in der Mitte zwischen einschlafen und wach sein. Also irgendwie so dieser Zustand, den du eh in der U-Bahn und in der S-Bahn hast, ne? Den holst du dir jetzt in die Wohnung rein. Und dann machst du das. Du atmest ruhig ein und wieder aus. Das ist ganz simpel. Und das ist die erste Phase, so die erste Test für so eine Meditation. Wenn du das immer wieder machst, immer wieder übst mit den Zählen und allem, dann wird das. Das wird super. Glob mir. Also bei mir hat es jetzt noch nicht so gleich funktioniert, aber irgendwann kriege ich das auch hin. Und das wollte ich dir jetzt nur mal so weitergeben, ne? Ne, meine Frau ruft auch schon wieder. Ich muss jetzt mal wieder los, ne? Und mach einfach mal üben, ne? Und nächstes Mal, wenn du weiter bist, sagst du mir, wie ich es machen soll, ne? Also denn, tschüssi!